hallo liebe freunde des gepflegten taktik und strategie spiel spaßes und willkommen zur nächsten folge von tank operations european campaign in der mission 6 operation neptun mit ein paar fehlerchen in der letzten folge aber gut da müssen wir mal sehen dass wir jetzt weiter arbeiten so er war jetzt in der reichweite von von ihr ok warte mal wir könnten ja machen wir wie weit kann sie schießen naja vermutlich wird sie jetzt einfach vorrücken und dann den haben wir ja du müsstest mal zum reparieren so die panzersperre ist weg wie viel geld haben wir noch 3500 wir bräuchten da unten ich bräuchte mal hier noch irgendwie ein spot plane jetzt gut hier können wir nichts weiter machen ja gut das war klar das war vom letzten mal noch mein eigener fehler wir werden angegriffen getroffen da steht also auch noch eine 8 8 auf flack das war so klar jetzt schießt sie bestimmt die tanzig ersten du arschloch gut der punkt aber draus gehen das ist okay ziel zerstört sehr gut so dann du bist reparieren hier ist jetzt noch ein saboteur aber ich weiß nicht wofür ich ihn einsetzen sollte gut hier unten das ist gut wir räumen hier ein bisschen auf dann dann geht es hier auf richtung stadt dann da stehen die mit zwilling oder eine vierling und ne ach das ist eine feldhaubitze gewesen ne oder mal die zwinger nicht raus geschossen okay und hier haben wir jetzt erstmal machen wir erstmal panzerpresche auf den sturm panzer also ach das geht nicht jawohl dann gut dann hier die einpacken dann so hier können wir nichts weiter tun wir können das flugzeug noch nachrücken wir können das das kann sich reparieren wir ziehen mal noch eins von denen mit hier runter und die anderen mal hier rüber ja und hier ist tatsächlich niemand so dann wo es mit einem panzer die stadt einnehmen wird irgendwie ziemlich witzlos deswegen kaufen wir mal noch welche hier haben wir genau drei panzer für die stadt hier kommen wir eh nicht ran hier unten haben wir halt noch ja gut okay alles das ist jetzt alles kein großes problem mehr außer natürlich hier die ecke noch das wird richtig beschissen wo kommt er denn jetzt her au wir werden angegriffen volltreffer wir werden angegriffen klar war klar rückt sie vor du kleines dreckding er besteht im grunde nur noch aus arterien flack was anderes kann er gerade nicht mehr das ist zwar extrem nervig aber eigentlich nichts was nicht lösbar wäre aber was hier umgelungen okay hä und jetzt verschwindet die du willst mich doch veralbern ja er verfehlt sie natürlich ähm ey weißt du was ist mir jetzt scheißegal das flugzeug dort muss weg getroffen getroffen ach ich sag mal machen wir nimm den jetzt raus ziel zerstört brauchst du ja drei flugzeuge so ja ja die flack wird irgendeinen rausnehmen ist mir scheißegal jetzt machen wir wir nehmen da eine stadt ein dazu brauchen wir den schirmen da oben auch nicht mehr so bis wohin kann die denn schießen das kann sie nicht abdecken wir haben die höhere reichweite ja und dahin auch nicht ja sehr gut das ist schon mal ein panzer gewesen eine eine artillerie gut das haben wir hier unten immer noch das problem so witzlos so witzlos yo also ist also so dumm so aber daran sieht man halt das steinscherepapierprinzip richten uns aus was halt wieder mal extrem wichtig ist so hier ähm getroffen jawohl jawohl ziel zerstört perfekt die reparieren wir dann haben wir die stadt schon mal mal eingenommen hier nehmen wir jetzt noch den tiger aus sehr gut auf dem weg denn den kommen wir halt nicht ran ne der wird der der weiß genau dass es sich doch nicht bewegen darf weil er sonst außerhalb der der flack steht so können wir das noch ran ziehen als ablenkungsmanöver okay okay so hier bräuchten wir jetzt licht das holen wir uns beim nächsten mal dann gucken wir jetzt hier nochmal durch äh die könnte jetzt schon hier können wir die noch rausholen genau genau so die haben wir entladen und damit so warte mal jetzt hier wie setzen uns in bewegung ah Mist Begebe mich dorthin kann das in einer runde wieder spotten was ist mit dem ding hier wohin können die schießen okay ach das kann das in zwei runden wieder spotten naja mal gucken irgendwo ist ja noch einer flack die haben angegriffen artillerie ach guck mal die habe ich ganz vergessen aber die müssten wir eigentlich auch mit den beiden treffen können jo das ist okay ähm was hat uns hä was war das für eine einheit machen wir jawoll ähm das habe ich jetzt ehrlich gesagt haben wir noch irgendwo einen saboteur in der nähe ja hier kümmer dich mal an den flugplatz ich weiß nicht genau was gerade geschossen hat was hier ist nichts mehr das kann ich mir fast nicht vorstellen so dann erstmal ja okay auf munitionieren okay so dann können die beiden hier mal genau perfekt dann hoppen wir uns ja einfach durch den wald schritt für schritt vor und hier jetzt das läuft wieder spitze ziel erfasst ja das ist natürlich jetzt ziemliches himmelfahrtskommando dort mit dem flugzeugen äh äh so spotpale auf dem weg wir fliegen los begebe mich dorthin was haben wir denn da noch stehen ok ok ich sehe doch schon wieder was jetzt passiert machen wir das ist ja zu nah herangeflogen ich krieg ne macke aber wir können mit den tomtoms da oben eigentlich ganz gut arbeiten wir hoppen uns einfach durch den wald da durch die frage ist ob die da überall hinkommen ich hoffe dann könnten wir das einfach mit den dingern lösen ok und hier unten geht es weiter den schalten wir einfach schritt für schritt aus die shermans dort bleiben erstmal stehen er fliegt sich nach operieren die stadt gehört uns vielleicht können wir einen schon mal hier rüber ziehen was ist wenn ich ihn da hin ziehe das kann auch funktionieren dann kann er hier mal anfangen dort die panzersperren zu bombardieren ok und hier brauche ich jetzt naja wir könnten einfach rotzfrech an die stadt ran fahren wie weit kann der schießen kann genau bis in die stadt schießen bis wohin kann die denn schießen die kann bis dahin schießen guck mal dann weg würde ich mal dahin wieso kann er sich nicht bewegen so haben wir schon gemacht dann versuchen wir mit dem das nächste mal die zwillingsflag da rauszunehmen die 8 achter scheint wer weiß also ja gut wir haben sie ja rauskommen es war ja nur die eine gut dann die können jetzt auf den hier noch was drinnen ah shermans den runden wechseln ach nee da ist ja noch eine wusste ich ach und dort ist noch eine 8 achter da ja das war klar dass sie vorzieht ach sie tarnt sich nur ha 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 jo das war so klar dass wir das spot plane verlieren ach meine güte was wovon denn das war doch die 8 achter hat doch schon geschossen war da noch eine ok ach ach der flughafen ist das der hat selber verteidigung ja logisch ja logisch so hier jetzt immer bitte warte mal einnehmen geht nicht aber sabotage geht so geht das und dann können wir nämlich so der flugplatz gehört uns das mixe nice wir fliegen los auf dem weg wir fliegen dorthin sehr gut dann robben wir uns einfach runde für runde da durch ist ja dann so na gut hier unten ist noch irgendwas fieses auf jeden fall das ist nicht alles was dort steht ähm das ist eigentlich nur die eine naja gut in die pack hier ne reparatur lkw ok schirmens wir fliegen noch einen flugplatz hat er noch ein bewegungs näher dann nicht schade sehr gut so hier müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten hier oben können wir jetzt immer noch nicht weil wir noch nicht genug bewegungsraum haben ja geht mal außerhalb des gutplatzes bitte hier haben wir alles gemacht dann machen wir noch einen rundenwechsel ach du ja genau er holt dann nochmal raus so jagdpanther greift den lkw an ui 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 fahrt fahrt los jawohl 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 treffer wir werden angegreifen an die zuhörern gehe nämlich direkt dorthin gut ähm long tom auf dem weg auf dem weg kleines arschloch du kleines arschloch hier oben jetzt endlich die stadt reinnehmen der geht wieder nach unten der geht wieder nach unten so lehavre muss noch einnehmen und die herlager zerstören hier ist noch ein herlager aber wir wollen natürlich wir wollen natürlich auch hier alles kaputt machen richten uns raus äh sturzkampf kann auch noch machen schön dann kümmern wir uns jetzt jetzt um die herlager warte mal du hast keine munition mehr dann holen wir dich mal nach wir fliegen los greifen an kann sich nur ein paar stunden handeln hier müssen wir jetzt mal gucken dass wir hier ist halt noch irgendwo was versteckt darum kümmern wir uns in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat lasst mir ein Däumchen nach oben da eure tipps in die kommentare mein dank geht raus an meine großen unterstützer auf twitch und youtube das sind parsimalkede kule kongschung 22 und wir sehen uns damit wieder zur nächsten folge macht's gut ciao ciao euer oher her 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 her